Hallo Anke. Hallo Simon. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hi, hi, hoi, hoi, hoi. Alle suchen Dori. Wie findest du sie denn so? Ich finde sie mithilfe einer sehr, sehr guten Geschichte. Hast du mal die Nummer von Bastian Pastewka? Ich weiß nur noch 0 1 0 1 0 1 8 9 32 16 8. Unter 32 16 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Was haben eigentlich Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Die haben im Bauch andere kleinere Insekten, die sie verdauen. Komikerin, Schauspielerin, Entertainerin, Musikerin, Synchronsprecherin, Moderatorin. Was trägst du im Hotel als dein Beruf ein? Dödel. Wann hast du das letzte Mal den Room Service bestellt? Oh Gott, das ist ganz lange her. Ich bin ja so ein Selbstversorger. Wann habe ich den letztes Mal? Weiß ich nicht. Wer soll eigentlich dich als Animationsfigur synchronisieren? Bitte nicht ich selber, weil das das Schlimmste und Schwerste ist, wenn man sich selbst synchronisiert, finde ich. Brusthaare, ja oder nein? Ja, habe ich, also, wenn man sie jetzt sieht, ist natürlich pein. Ich habe sie abrasiert. Woody Allen oder Quentin Tarantino? Woody Allen. Star Wars oder Star Trek? Weder noch. Popcorn oder Nachos? Mal das, mal das. Und beim Popcorn dann gemischt, süß und salzig. Und bei den Nachos auch gerne mit dieser Chemikaliensoße. Anke, ich koche für dich, ne? Bei welchem Gericht gehst du sofort? Hirn. Hättest du lieber die Frisur von Marge Simpson oder die Schuppen von Dori? Lustig, originell. Ähm. Das geht noch besser. Wenn jetzt Walen wären, ne? Wenn jetzt Walen wären. Walisch. Oh, Simon. Nein, nein, nein. Welche deiner Stimmen würdest du abgeben? Meine Walische. So, mal gucken, wie vergesslich du bist. Was haben wir dich als erstes gefragt? Hallo Simon. So, und jetzt zeigt man dein Gesicht, wenn du an die Frisur von Donald Trump denkst. Oh, die Frisur von Donald Trump. Mein Gesicht, wenn ich an die Frisur denke. Ach, ich finde die Frisur echt, ist mir egal, wenn da nicht so viel Stoß rauskommen würde, ne? Aber Donald Trump Gesicht so. Danke. Danke. Danke.